Es ist der 5. Juli 2023. Seit vielleicht zwei Wochen kenne ich eine Werbung. Die habe ich vor allem bei YouTube gesehen. Da geht es halt um die Schauma-Werbung, also Haarshampoo. Schaumeister, glaube ich, nur das Produkt. Der Hersteller weiß ich jetzt nicht, ist auch egal. Die Werbung geht, glaube ich, insgesamt 15 bis 20 Sekunden. Die spreche ich deswegen an, macht deswegen das Video, weil die unfassbar unangenehm und fremdschämend ist. Da wird halt nur mit anderen Wörtern so ein berühmtes Lied gesungen, was wohl jeder kennt. Ich weiß aber nicht den Ursprung dieses Liedes. Und das Video ist absolut praxisfern, absolut lebensfern, absolut unrealistisch. So wie fast alle Werbungen. Und löst in mir halt ein Gefühl von absoluter... Es ist halt einfach total unangenehm. Es ist halt so nach dem Motto, ja die blöde Masse am Laufen halten, den Staatsterrorismus weiter unterstützen. Also wie kommt man darauf, so eine Werbung zu machen? Wie kommt man als Darsteller darauf, sowas zu unterstützen? Die ist so nach dem Motto, heile Welt, alles ist super, nie passiert irgendwas Schlimmes. Und auch sonst, die ist... Also das sind halt wieder Dinge, wo ich das mehr am Kopf denke, als ich es irgendwie ausdrücken kann. Aber diese Werbung ist eigentlich auch stellvertretend für fast alle anderen Werbungen im TV und im Radio, die ich zum Glück nur sehr wenig kenne, weil ich das einfach ganz selten wahrnehme. Und wenn dann vielleicht Portritte... Die Werbung, die ich wahrnehme, ist halt übers Internet oder so, wenn da der Adblocker nicht greift. Ja, wobei ich meistens leise habe. Und diese Werbung ist wirklich schrecklich.